Endlich kann ich euch den Transfer von Jadon Sancho zum BVB hier offiziell bestätigen, da Borussia Dortmund endlich auch alles hier gepostet hat und darüber freue ich mich sehr und ich hatte mir den Transfer sehr gewünscht und deshalb bin ich sehr glücklich, auch wenn das natürlich eventuell wirklich nur ein halbes Jahr gehen sollte. Was natürlich dann wiederum die Vorfreude ein wenig dämpft, aber gehen wir jetzt erstmal mit dem Positiven weiter, wenn ihr Fußballtalks und Fußballnews mögt, lasst gerne ein kostenloses Abo da, heute gibt es die ersten Infos, die ersten Bilder von Jadon Sancho und auch Neuigkeiten bei Ian Matzen, die uns schon wieder so ein bisschen ärgern werden, aber nun gut. Gehen wir erstmal in die offizielle Meldung von Borussia Dortmund, keine Insider, kein Sky, keine Sportbild, diesmal ist es Borussia Dortmund, die sagen, Sancho trägt wieder schwarz-gelb, also jetzt ist alles safe. Der BVB hat Jadon Sancho auf Leihbasis bis zum Saisonende verpflichtet, der Engländer derzeit in den Diensten von Manchester United unterschrieb am heutigen Donnerstag einen bis zum 30. Juni 2024 datierten Leihvertrag. Und da sieht man Jadon mit Sebastian Kehl, es gab auch schöne Videos, ich spiele euch hier mal eins ab, von der Kabine, wo er auf seinen Kumpel Marco trifft, also die sind sicher noch sehr grün, auch Rainer freut sich, wo es auch Gerüchte gibt, dass Rainer wohl eventuell sogar weg möchte. Wenn es dazu News gibt, kann ich euch das die Tage natürlich auch noch näher berichten, aber man sieht, das ist alles sehr herzlich, Jadon freut sich und wir freuen uns natürlich auch. Er hat auch das Wappen von uns geküsst, das macht man eigentlich nicht, wenn man nur ein halbes Jahr bleibt. Ich hoffe wirklich, dass er jetzt auch eigentlich den Wunsch hat, bei uns zu bleiben. Es gab auch ein schönes Interview von Edin Terzic zu Jadon Sancho und dem Gespräch, warum das jetzt auch alles so geklappt hat. Da kann ich euch jetzt kurz nur zusammenfassen, weil es natürlich alles Material von Sky ist, dass Edin gesagt hat, wir brauchen dich jetzt sofort. Und dass beide sich gegenseitig Fragen gestellt haben und das Gespräch wohl sehr positiv lief, um es kurz zu machen. Dann ist der Rest Geschichte. Sancho wird die Nummer 10 bekommen, also das ist ja schon wieder so ein Trikot, wenn das nicht so ein hässlicher Fetzen wäre, wo ich sagen würde, kann man zuschlagen. Aber es gibt ja das Sondertrikot, also vielleicht schlage ich beim Sondertrikot wieder zu und dann würde ich mir wahrscheinlich sogar den Sancho-Flock gönnen. Ja, werde die sechs Monate genießen, so sollte man auch rangehen. Dann hier die ersten Trainingsbilder von Jadon Sancho. Dann hier nochmal Jadon mit der 10, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Dann hier nächste Trainingsbilder auch mit Julian Brandt. Ich glaube, das wird auch wieder sehr gut harmonieren. Dann hier nochmal mit einer, ich meine, Patek Philipp. Ja, läuft bei ihm, aber gut, der hat ja auch nicht gerade wenig verdient. Bei Manchester United und bei Dortmund spielt er ja auch nicht für einen Appel und einen Ei, das kann man ja auch sagen. Ja, dann hier nochmal ein paar Trainingsbilder weitere und hier auch nochmal ein Interview mit Jadon, wo er auch nochmal drüber spricht, dass er endlich wieder zu Hause ist und sicher glücklich ist. Also er wirkt auch sehr aufgelöst und erleichtert und glücklich. Also sagen wir mal so, wenn man ihm jetzt gesagt hätte, er spielt mal hier schön erleichtert und glücklich, würde ich ihm hier den Oscar geben. Also es kommt hier sehr authentisch, glaube ich, damit zu sagen. Also ich hoffe wirklich, dass er uns auch länger über die sechs Monate erhalten bleibt. Träumen wird ja wohl noch erlaubt sein. Dann hier auch nochmal eine schöne Nachricht und das zeigt halt, dass unser Verein schon was Besonderes ist. Auch wenn die Spieler uns verlassen, sind sie uns meist noch wohlgesonnen. Auch wie mal Marc Batra, eine Legende in unserem Verein, mit dem wir ja auch den Pokal 2017 geholt haben, der, glaube ich, auch nur aufgrund des Anschlags dann gewechselt ist. Sonst würde er vielleicht immer noch bei uns spielen, weil er sich, glaube ich, dann einfach hier ein bisschen zu sehr traumatisiert gefühlt hat, immer noch in denselben Katakomben unterwegs zu sein. Zumindest waren das jetzt so meine Dinge, die ich gehört habe. Vielleicht war es jetzt auch wirklich das Heimweh nach Spanien. Aber ich glaube, dass das so auch mitgespielt hat damals, weil er eigentlich bei uns eine Säule war, die durchaus auch sehr beliebt war im Verein. Ja, dann kommen wir zu der Nachricht, die uns sehr ärgern wird, wo ich auch nicht weiß, was das jetzt soll. Es ist ein Hin und Her, jeden Tag eine neue Hiobsbotschaft. Dann kriegt man wieder Hoffnung, dann gibt es wieder einen Schlag ins Gesicht und ich weiß nicht so ganz, was ich jetzt davon zu halten habe. Aber Sebastian Kehl beim 1909, der schwarz-gelbe Talk bei Ian Matzen geht es um eine reine Laie ohne Kaufoption und Vorkaufsrecht. Es sind noch Kleinigkeiten zu klären. Also man kann das Trikot schon erwerben im BVB-Shop. Ian Matzen wurde aber noch nicht offiziell vorgestellt. Und ja, das ist irgendwie schmerzhaft. Also ich dachte zumindest bei Ian Matzen sei es jetzt so, dass wir ein Vorkaufsrecht haben. Verschiedene Medien haben darüber berichtet, es gibt eine Kaufoption, es gibt ein Vorkaufsrecht. Wenn das jetzt alles nicht drin ist, macht die Mine von Sebastian Kehl auch Sinn, dann ist das alles sehr unschön. Vielleicht haben wir auch wirklich kaum Kohle. Dann haben wir wirklich zumindest für das halbe Jahr uns verstärkt. Aber auf lange Sicht kann man sich dann Sorgen machen, weil das ja so nicht funktioniert, einen Kader aufzubauen. Und wenn man halt Millionen Euro ins Stadion und in die Infrastruktur bläst, die man dann im Notfall gar nicht hat, dann erinnert das leider an Zeiten unter Gerd Niebaum und Michael Mayer in den 90ern, die auch in Steine und Beine immer investiert haben. Ja, so schön. Kann ich mich noch daran erinnern als Kind, dass ich das immer sehr lustig fand, weil ich das immer noch gar nicht verstanden habe, mit so zehn, elf, was die uns da quasi verkaufen wollen. Aber es klang dann immer alles schön und gut, ja, das Stadion schön groß ausbauen und das hier und alles auf einmal und noch Amoroso und dann Rosicki und Jan Koller auch noch und ja, Mensch komm, hier gibt es noch den Everton, den brauchen wir auch noch dringend. Und das war ja auch alles schön, ja, aber wenn man dann kein Geld eigentlich für hat, dann ist das halt blöd. Wir schreiben schwarze Zahlen, ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist sehr viel Geld quasi in die Infrastruktur geflossen. Das kann man in den Bilanzen nachlesen, anstatt das halt in den Kader zu stecken, der ja eigentlich dafür notwendiger ist. Zu mir sind die VIP-Losen oder und welche Catering-Türme oder whatever oder die BVB-Fanwelt wirklich piepschnurzegal und die Geschäftsstelle, da können sie auch auf den Sesseln vor fünf Jahren noch sitzen. Das ist mir persönlich egal, mir geht es darum, dass wir eine gute Mannschaft auf dem Feld haben und ob das Stadion jetzt EM-tauglich ist oder nicht, ist mir persönlich auch relativ wurscht. Und da gingen Millionen drauf und dagegen sprechen wir nicht von drei, vier Millionen, sondern wirklich mehreren zehn Millionen Euro, wo ich jetzt so ein bisschen mich frage, ja, wo ist jetzt der Sinn? Hätte ich jetzt lieber Matzen und Sancho fest verpflichtet und vielleicht noch einen zentralen Mittelfeldspieler für das Geld, anstatt jetzt das Stadion ein bisschen schicker zu haben, als es sowieso schon war, aber so schlecht war es jetzt schon auch nicht. Ja, uns beneidet, glaube ich, halb Europa um dieses Stadion, von daher, ja, tut gut, ihr könnt es gern anders, eben gesagt, ich ecke ganz gerne auch mal an mit meiner Meinung, aber ich bin immer jemand, der gern Tachele spricht und ich kann es nicht verstehen im Nachhinein, da wurde viel kalkuliert, auch mit Geldern, die nicht unbedingt jetzt während des großen Cs natürlich, da konnten wir jetzt alle nichts für, dann eingenommen werden wurden. Ja, da fehlte uns sehr viel Geld, da sind uns über 100 Millionen flirten gegangen an Einnahmen. Das ist natürlich bitter, da kann man nicht mit rechnen mit so etwas, aber trotzdem sollte man vielleicht auch mit den Versicherungen und Co. so arbeiten. Ich fand zum Beispiel das sehr clever, als wenn wir die Champions League nicht geschafft haben, dass wir dann quasi versichert waren gegen diesen Fall und so eine Tricks und Kniffe sind, glaube ich, immer sehr, sehr gut, dass man sich da breit aufstellt, gut investiert und wie gesagt, das Stadion, ja, ist eine Menge Geld wert und wenn man das dann noch verschönert, wird es ja auch quasi immer wertvoller, aber ja, hinterlässt so ein bisschen fahren, Bayerisch macht, ich habe mich da ein bisschen eingelesen und bin auch als Betriebswirt jetzt da kein absoluter Profi, trotz dass ich das studiert habe und kann jetzt da alles perfekt nachvollziehen, was die da gemacht haben, das wissen die dann teilweise wirklich auch nur selber, aber das, was ich da jetzt alles so verstehen konnte und rausgelesen habe, ja. Ja, da geht schon sehr, sehr viel Geld flöten und das ärgert mich jetzt, wenn man dann die Kaufoption und das Vorkaufsrecht nicht in den Verträgen mit einarbeitet und dafür dann irgendwie ein Catering-Turm und Geschäftsstelle und Infrastruktur rund ums Stadion und alles dauernd modernisiert, wo man auch sagt, Mensch, so alt ist das Stadion jetzt auch noch nicht und da wurde ja auch 2006 und in den letzten Jahren viel gemacht, dann kann man vielleicht auch mal auf einzelne Dinge verzichten, aber na gut, so ist es halt, ja. Die VIP-Loge muss noch bequemer sitzen und das Catering muss noch besser sein, die Stadionwurst reicht nicht mehr, es muss 20 verschiedene Menüs geben und das muss natürlich dann auch bewerkstelligt werden. Einerseits schaffen wir so Arbeitsplätze, andererseits, ja, habe ich da so einen Beigeschmack, ja, also, na gut. Gut, das soll es dann für das Video gewesen sein, lasst gerne ein kostenloses Abo da, ich bleibe natürlich für weitere News dran die nächsten Tage, es bleibt spannend und am Wochenende ist endlich wieder Fußball. Ich freue mich drauf, bis dann und ciao, ciao.